Hallo und herzlich willkommen hier bei Kapitel 3 2.0 zum Thema FIFA 17 Gameplay Kritik. Die Vorlage zum Kapitel 4 FIFA 18 Eindrücke, Gameplay Eindrücke Kritik, was man so ein bisschen gesehen hat, Leak Gameplays und so weiter von der Closed Beta und so weiter, das ist dann im nächsten Kapitel dran. Mal gucken, ob wir das in einem Kapitel schaffen oder so wie hier in zwei Kapiteln. Wenn du den Anfang nochmal wissen willst, wie ich über Passwege rede, über gewisse TV-Probleme und so weiter, dann guck dir mal das offizielle erste Kapitel 3 an, also den ersten Teil. Jetzt geht es hier direkt weiter mit dem zweiten Teil davon. Ich habe 45 Minuten lang geredet, also nicht wundern, wir steigen jetzt direkt rein und ich bin mitten im Reden. Also es ist sehr, sehr merkwürdig, weil ich habe einfach einen Cut gemacht in der letzten Folge. Ich hoffe, das ist okay für dich. Was jetzt noch so ein bisschen kommt, um einfach schon mal so ein bisschen anzukündigen, wir reden jetzt gleich noch ein bisschen über künstliche Intelligenz. Nicht nur ein bisschen, sondern intensiv, Momentum, wie die Gegnerauswahl ist und vieles mehr jetzt hier. Es geht jetzt los. Ich mache ein kurzes Geräusch hier rein, dann weißt du, jetzt rede ich einfach wieder wirkürlich los und wünsche dir mal viel Spaß. Los geht's. Kommen wir zum nächsten Punkt und zwar Pace durchlaufen. Ist in FIFA, ich glaube seit FIFA 15, ein Riesenthema. Korrigiert mich Leute, wenn ihr es auch schon vorher erlebt habt. Pace durchlaufen ist ein großes Problem und ist mir einfach zu langweilig und zu ätzend und wirklich anstrengend. Es ist extrem anstrengend, irgendwie Pacer, die durchlaufen oder sonst irgendwas. Letztens zum Beispiel hatte ich wieder dutzende Chancen. Torwart von ihm hat alles gehalten und natürlich ist Messi ein toller Torwart, wollte ich gerade sagen, ein toller Spieler, gar keine Frage, dass der ein bisschen mehr kann als ein Vardy oder so, gar keine Frage. Aber ganz ehrlich, wenn ich jetzt mal das ein bisschen wieder beschreiben darf. Du hast, und das kennt ihr ja alle, du hast also jetzt den 16er da. Messi kommt von rechts rein oder zumindest von der rechten Seite Richtung 16er Außensinie. Du hast da deinen linken Verteidiger, du hast da deinen linken Innenverteidiger. Der rechte Innenverteidiger kommt auch noch ein bisschen da ran wegen Verschiebung, ja, von der Taktik, die du eingestellt hast. Der linke Verteidiger kommt da auch noch so ein bisschen ran in den 16er auf die linke Seite, weil Messi da kommt. Du, falls du die Regel beachtest, niemals Innenverteidiger auszuwählen, kommst, wie in meinem Fall jetzt mit Kanté-Zentrum, mit nach hinten gerannt. Wenn meine KI mitdenkt, kommt dann auch noch mein Wheelchair oder Carisola, den ich habe, oder Rooney oder so, kommt dann auch noch mit nach hinten vom Zentrum. Und dann haben wir eigentlich 1, 2, 3, 4, 5, mit mir Kanté, 6 Spieler, die da verteidigen, um den 16er rum. Und auch langsam, weil Messi ja immer näher in den 16er kommt, haben wir ja immer mehr Spieler im 16er, ja, im 16er. Dann kommt Messi und dann kennen wir den ganzen Trick, wir gehen an die Torlinien, also an die Seitenlinie, machen 2, 3 Häkelchen, rennen dann mit einem Bogen in den 16er, um den ersten Spieler, den linken Verteidiger, um den linken Innenverteidiger, machen noch eine kleine Antäuschung, dann hast du dann irgendwie mit Kanté versuchst, dann irgendwie zu tacklen, traust dich aber nicht, weil du weißt, du kriegst gleich ein Elfmeter. Und dann macht er nochmal so ein Häkelchen und dann ist er genau am Elfmeterpunkt und schießt rein, Tor. Ganz ehrlich, nicht unreal, passiert aber mit so vielen Spielern so, so oft, dass ich das hinterfragen muss, wie realistisch ist das. Man vertraut sich ja gar nicht mehr zu tacklen, weil meistens gibt es Elfmeter, wenn einer durchpaced. Warum schafft es mein linker Verteidiger und mein linker Innenverteidiger nicht da zu blocken? Warum ist da so viel Raum? Weil die KI einfach inkompetent programmiert ist. So, und das kann einfach nicht sein, dass Pacer von links und rechts durchrennen, wenn sie durchkontern. Das ist doch im echten Fußball auch so, da darf man sich auch gar nicht beschweren. Aber vielleicht verstehst du, auf was ich hinaus will, dass einfach das eine oder andere hier nicht funktioniert, beziehungsweise es funktioniert für die Pacer ganz toll. Und ich muss sagen, das machen so viele, dass ich manchmal danach mir so frage, glaubt der, der ist wirklich ein guter FIFA-Zocker? Ich sag dann meistens nein. Es ist nur effektiv, weil er das Gameplay auswendig gelernt hat. Aber er ist eigentlich kein guter FIFA-Zocker, weil er nutzt einfach nur die Lücken. Ein guter FIFA-Zocker für mich ist jemand, der kreativ, wirklich richtig mit tollem sportlichen und ehrlichen Fußball auf dem Platz richtig tolle Tore macht, ohne die Fails und Bugs auszunutzen. Das ist für mich ein guter FIFA-Zocker. Muss ich ganz ehrlich sagen. Effektivität ist natürlich relevant, das wissen wir alle, aber ihr versteht vielleicht, was ich meine. Wenn ihr noch Fragen habt, könnt ihr auch gerne runterkommentieren. Ihr wisst ja, ich versuche immer fleißig zu kommentieren, wenn ihr was nicht verstanden habt. Das zum Thema Pace durchlaufen, was mir einfach nicht gefällt. Es ist nicht gut aufzuhalten. Und wenn wir zum Thema Pacing kommen, wir zu Pressing ist OP. Und damit ist gemeint, es gibt ja Spieler, die immer auf Geschwindigkeit spielen. Die sagen in der individuellen Taktik, wir gehen auf Geschwindigkeit auf 90, Druck auf 90 oder 85 und pacen da dann durch. Wenn du aber null Chancen hast, irgendwie mal überhaupt mal kurz zu gucken aufs Radar oder sonst irgendwas, wo will ich eigentlich hinspielen, dann hat man schon ein ernsthaftes Problem. Denn dann steht da schon ein Dembelehr in Aubameyang, ein was auch immer mit super Geschwindigkeit und hat den schnellsten Ball weggenommen. Du hast gar keine Chance mehr zu reagieren. Und dann kommen wir zum alten Thema Delay und so weiter. Da kommt ja das Problem, wie soll das denn jetzt wieder funktionieren? Die reagieren doch alle gar nicht so schnell. Da ist mir das Pressing ein bisschen zu OP. Und da muss ich sagen, da bin ich auch ein bisschen inkompetent, was Taktiken angeht, weil ich mich jedes Mal frage, wieso kann der so gut OP-Pressing machen und ich nicht. Ja, also da bin ich noch fleißig am Lernen. Deswegen will ich auch die FIFA School machen, weil auch ihr mir dann ein bisschen helft, dass ich auch besser werden kann. Ja, also das ist ja auch wichtig. Man muss lernen, Leute. E-Sportler von FIFA trainieren am Tag 12 bis 16 Stunden. Das klingt krass, aber ist so. Dann kommen wir zum Thema Taktik. Und da habe ich ja gerade erwähnt, da kann man auch sagen, Digo, ja, da hast du ein bisschen deine Ecken und Kanten, die nicht nachvollziehbar sind. Und zwar Taktik, finde ich, ist teilweise auf dem Platz nicht spürbar. Es gibt Taktiken. Ich habe jetzt viel, viel, viel ausprobiert in den letzten Tagen mit irgendwie Druck auf 90, Druck auf 20, mit lange Bälle, kurze Bälle, riskante Bälle, vorsichtige Bälle, Geschwindigkeit schnell, langsam. Also vieles ausprobiert und habe auch Dinge entdeckt, wo ich sage, wow, das funktioniert richtig gut. Und dann habe ich auch wieder Dinge entdeckt, mein Gott, warum lässt sich da wieder taktisch nichts ändern? Und da muss ich sagen, vom Taktik her ist FIFA sehr, sehr zurückgebildet. Im Vergleich zu PES, da muss viel noch getan werden, da kann man noch viel mehr rausholen und sollte viel mehr Auswirkungen auf dem Platz haben. Ich finde, es gibt ja so Momente, wo du zwei gleiche gute Zocker in den Food hast. Der eine spielt aber meistens beschissener als der andere. Also, nee, so kann man es nicht sagen, sondern der eine hat einfach einen schlechten Tag, könnte man sagen, und der andere hat einen guten Tag. Dennoch müsste es für den anderen, der einen schlechten Tag hat, die Möglichkeit da sein, zu sagen, oh, ich bin kompetent, was Taktik angeht. Ich sage jetzt mal die Taktik und das sage ich jetzt und hier. Und dann sollte sich das sofort auf dem Platz bemerkbar machen. Und es sollte auch möglich sein, damit dem Gegner Probleme kriegt. Dass der Gegner plötzlich, also wenn du zum Beispiel weißt, wie du ein Pressing oder ein Pacen stoppen kannst, dann sollte das auch spürbar sein. Das ist manchmal nicht der Fall, wie ich finde, doch schon. Also, wenn jetzt jemand bei mir durchpaced, dann gehe ich immer gerne auf Abseitsfalle. Funktioniert optimal, meistens diese Spieler, die über rechts und links durchpacen wollen, aufzuhalten. Aber das ist wieder Beobachtungssache. Und deswegen möchte ich ja gerne mit dem FIFA School, mit dir zusammen Ausgleiche machen, beziehungsweise Vergleiche machen, zu gucken, was ist dein Erfahrungsbericht. Du sagst, nee, 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 bloß nie Abseitsfalle, sondern das Beste gegen Pacer oder Konterleute. Geschwindigkeit ist am besten, Ballbesitz anzuschalten oder eine individuelle Taktik, das und das zu machen. Da wollen wir zusammen erforschen, das wird ein ganz interessantes Projekt. Kommen wir zu einem der spannendsten und wichtigsten Themen noch, wenn ich noch, ah, das muss ich noch kurz sagen, und zwar zum Thema Dribbling ist ebenfalls in meinen Augen OP. Also, es kann einfach nicht sein, dass, okay, ein Skill, jemand, der Skillmove vier Sterne, fünf Sterne hat, klar ist der besser im Skillen, als einer, der drei oder zwei hat, aber ich finde, es kann einfach nicht sein, dass du dich pausenlos, wenn du die Tricks auswendig gelernt hast, immer und immer wieder es hinbekommst, dass der Trick funktioniert. Ich finde, ganz ehrlich, und ich weiß, dass viele jetzt sagen, Diko, hast du einen Vollpfosten, da bin ich mir ganz, ganz sicher, ich würde es nicht schlecht finden, wenn es eine Boost-Funktion geben würde, wie in Need for Speed bei Nitro, so, dass, wenn man Nitro betätigt hat, dauert es ein paar Sekunden, bis Nitro wieder vollgeladen ist. Und ich finde, das sollte es in FIFA auch geben, dass, wenn man gewisse Anzahlen an Dribblings gemacht hat, dass dann oben irgendwo an der Seite ein kleiner Balken kommt, der sagt, es dauert jetzt 10 Sekunden, 15 Sekunden, müssen wir erstmal aufladen, dass du wieder Energie hast, mit diesem Spieler zu dribbeln. Oder irgendeine Lösung finden, weil ich finde es einfach unreal, dermaßen unreal, dass fast gefühlt jeder, der Dribbling kann, der Dribble auch funktioniert. Und wir wissen, selbst Zidane, selbst Ronaldo, selbst ein Ronaldinho, ich weiß nicht wer, Neymar, die sind so geile Dribbler, aber selbst die bekommen nicht immer alle Dribbler hin. Aber in FIFA funktioniert alles, wenn du es hinbekommst mit einem Skill-Move 5. Ja, das kann trotzdem einfach nicht sein. Selbst ein Ronaldo bekommt nicht alles hin, stäupert mal über den Ball oder macht eine Umdrehung zu viel und dann wird er weg, irgendwas. Also, das ist mir einfach zu viel bei Dribbling-OP. Und leider, bedauerlicherweise, wird es in FIFA 18 noch einfacher. Und das finde ich wirklich schade. Und es ist schon so, so schwer zu verteidigen in FIFA 17. Und es wird wahrscheinlich die Hölle in FIFA 18. Und wir kommen jetzt zu einem der heftigsten Kritikpunkte von allem. Die anderen Sachen, da kann man sich drüber streiten. Über Dribbling-OP, über Pressing-OP, über Flanken, Ecken. Gut, da war ich ja gar nicht so böse. Pace, da kann man sich drüber streiten. Vielleicht habt ihr da andere Eindrücke. Wo ich aber wirklich, 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 wirklich zu meckern habe. Wirklich, wirklich. Und ihr auch wahrscheinlich zustimmen wird, ist künstliche Intelligenz. Mal ganz groß unterstreichen hier auf meinem Zettel. KI. Und zwar, in FIFA 17 wurde die sogenannte adaptive Spielerintelligenz vorgestellt. Wer nicht weiß, was es ist, sollte vielleicht auf meinem Kanal nochmal unter FIFA 17, FIFA News irgendwie Playlist, das sich angucken. Ansonsten erkläre ich es nochmal ganz kurz. Die adaptive Spielerintelligenz ist, dass die Spieler das Spielfeld individuell, also der einzelne Spieler, besser analysieren, Anführungszeichen besser, und bessere Laufwege entscheiden, ja. Also bessere Laufwege entscheiden und dann für dich einen Raum erschaffen, wo du besser durchlaufen kannst, oder einen Laufweg sich entscheiden, wo sie sagen, hey, guck mal, ich bin jetzt frei, passt zu mir. Das ist ja ganz nett gedacht, ja. Aber, und das fällt vielen, vielen glaube ich auf, ist, du bist in einem Kreis voller Freiheiten, ja. Die Spieler des Gegners sind richtig weit weg, und du siehst, sagen wir mal, ähm, du hast einen Ronaldo, und du siehst, er ist ganz hinten links frei, und will so, oder soll jetzt eigentlich, und du hast ihm auch die individuelle Anweisung gegeben, Abwehr überlaufen, und er soll eigentlich die Abwehr überlaufen. Er müsste eigentlich nur Gas geben, loslaufen, und du musst im richtigen Moment sagen, hoher Steilpass, Bäm, Tor. Aber, in den meisten Fällen, das fällt für ihn wahrscheinlich vielen auf, sagt nicht Ronaldo, also die Spielerintelligenz, die adaptive Intelligenz, sagt nicht, oh, 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 ich muss da jetzt durchlaufen, und im richtigen Moment, Abseitsfalle beachten, und dann hoher Ball und Tor. Nein, das macht nämlich die Spielerintelligenz nicht. Die sagt, Moment mal, ich lauf mal los, und dann denkst du als Spieler, oh, Ronaldo läuft los, machst schon den hohen Ball. Während du das ausführst, der hohe Ball geht hoch, sagt aber die Spielerintelligenz bei Ronaldo, Moment mal, das ist ja eine blöde Idee, ich mach mal Stopp, und dann stoppt er abrupt, geht zurück, und sagt, guck mal, ich hab mich jetzt freigespielt, du kannst zu mir passen, juhu, und du denkst dir so, meine Fresse, lauf doch gerade aus, dann wärst du durch gewesen, mit deiner Geschwindigkeit, mit deinem, ja, Pace, und dann haben wir das Tor, und das geht so oft, Leute, und das haben wir auch gespiegelt in der Abwehr, wo du sagst, zum Beispiel, du hast jetzt deinen linken In, deinen linken Verteidiger, deinen Innenverteidiger, deinen anderen Innenverteidiger, rechter Verteidiger, so, die Information hat ja auch ein bisschen was mit Taktik zu tun, das dürfen wir nicht vergessen, trotzdem, wenn wir jetzt einfach mal sagen, du stehst kompakt, stehst du kompakt, dann haben wir jetzt auf der linken Seite zum Beispiel Luke Shaw, Luke Shaw haben wir einfach mal auf der linken Seite, dann haben wir, von rechts kommt jetzt irgendwie wieder Messi, und in der Mitte haben wir jetzt irgendwie, ja, weiß ich jetzt nicht, wen er da hat, Xabi Alonso oder sowas, und der sagt ihm schon die Information, ich passe jetzt mal zu einem in der Mitte, und dann sollte er in der Mitte zu Messi passen, der losgesprintet ist, dann müsste er eigentlich Luke Shaw mit einer Spielerintelligenz, automatisch eigentlich schon sagen, oh, da ist ja ein Messi frei, ich glaube, okay, da hat man wieder ein bisschen das Thema mit der Taktikprobleme, wenn man kompakt sagt, hat man halt die Arschkarte, man muss halt dann breitstehend sagen, aber ihr wisst vielleicht, was ich jetzt hinaus will, dass egal, wie du die Taktik einstellst, müsste eigentlich Luke Shaw intelligent genug sein, und sagen, alles klar, der Messi läuft da schon los, und bevor irgendwie Messi schon den Ball kriegt, mache ich da mal den Weg für ihn zu, ja, das passiert aber nicht, und deswegen kann ein Messi einfach so ein kleines Küffchen um Luke Shaw laufen, der Stallpass ist währenddessen unterwegs, und Luke Shaw hat eigentlich nicht gesagt, ich mache den Weg da zu, den Laufweg für Messi, nein, ich gehe noch kompakter, ich gehe noch Richtung meinen Innenverteidiger, ich mache noch mehr Platz für Messi, noch mehr Raum, ja, schön, Messi kann durchlaufen, dann denkst du dir doch, leck mich am Arsch, ganz ehrlich, ihr wisst vielleicht, was ich hinaus will, will ist auch gut, auf was ich hinaus will, es muss sich was tun, was die künstliche Intelligenz angeht, es ist größtenteils das größte Problem, warum viele, viele ablosen, das hat eigentlich teilweise gar nichts mit dir zu tun, mit deinem Taktikwissen, mit deinem Spielwissen, es hat was mit zu tun, das merkst du vielleicht auch, dass manchmal was nicht funktioniert, Tollpatschigkeit von Harry Kane, in Form, 87er Harry Kane, habe ich bei mir im Sturm, manchmal in der 4. Liga, 3. Liga, rockt der die Bude, das ist nicht mehr normal, ein Tor nach dem anderen, und dann gibt es wieder so Moments, wo du fragst, meine Fresse, haben die bei dir im Algorithmus, irgendwie Tollpatschigkeit eingebaut, falsche Wege, du bleibst stehen, du kannst den Ball nicht festhalten, du sollst den Lupfer machen, dann geht der in die Hose, dann hat der Attribute 90, bei Schuss, macht den albersten Schuss, was ist denn los mit dir, okay, hat man mal diesen Punkt, aber es kann doch einfach nicht sein, dass das immer und immer und immer wieder der Fall ist, also ein Harry Kane mit 87 erwarte ich einfach Professionalität auf dem Platz, das mal was passiert, finde ich super realistisch, finde ich auch geil, aber wenn es mir so auffällt, dass ich das in einem Video erwähnen muss, ist das für mich ein Problem, künstliche Intelligenz, größtes Problem in FIFA, wie ich finde, kann man jetzt aber auch EA nichts vorwerfen, das ist natürlich glaube ich auch für die in ihren Augen, eine große, große Herausforderung, wir wollen ja hier auch keinen Terminator am Ende haben, aber ich sehe da ein großes Problem, besonders die Laufwege im Konterbereich, oder sonst irgendwas, die sind ja nicht falsch, das ist ein guter Ansatz, diese adaptive Spielintelligenz, ist ein super Ansatz, gar keine Frage, aber muss wirklich verbessert werden und intelligenter werden, so ist es nun mal, es muss intelligenter werden und da erwarte ich einfach auch was, es kann einfach nicht sein, es ist glaube ich gefühlt immer beim fünften Mal, ich sage, man jetzt, wisst ihr, das ist wie so eine Torschussantäuschung, das ist ein gutes Beispiel, es ist wie eine Torschussantäuschung, dass Ronaldo, wie ich vorhin gesagt habe, losrennt und es ist ja wie eine Antäuschung für dich, du sagst, boah geil, der rennt los, du machst dann den Stallpass hoch, um ihn anzuspielen oder vielleicht ein Passing with Purpose, irgendwie Stallpass, weiß ich nicht, je nachdem wie die Situation der Abwehrreihe ist und du denkst eigentlich, geil, ich mache diesen Spielzug jetzt, weil Ronaldo diese Antäuschung gemacht hat, ich renne los, aber wie ich vorhin schon gesagt habe, wenn ich dann stoppe, beziehungsweise wenn ich dann ausführe, den Stallpass, hat er schon längst gestoppt in dem Gelände, dann ganz ehrlich, lieber Ronaldo, dann lieber ins Abseitsrennen und es ist Abseitsfeierabend, aber nicht diese Antäuschung machen, losrennen, du denkst, geilo und dann brechst du ab, das geht einfach gar nicht, wirklich, ganz, ganz schlimme Sache und deswegen muss da meiner Meinung nach was getan werden, umgedreht auch in der Abwehr, die KI muss intelligenter werden, du spielst halt einfach nur einen Spieler, du spielst nur einen Spieler, den du auswählen kannst und deswegen muss die KI mehr mitarbeiten, wenn du jetzt halt Pro Club spielst oder so mit mehreren Leuten, ist das natürlich wieder ein anderes Thema, aber in Food musst du dich auf deine Spielerintelligenz verlassen, es geht nicht anders, das umso bessere Spieler du hast, umso bessere Inform und so weiter, klar läuft es dann auch automatisch ein Tickchen besser, aber ich glaube, ihr könnt ein bisschen nachvollziehen, auf was ich da hinaus will, da bin ich mal gespannt, was du sagst, was so deine Eindrücke sind, wir kommen jetzt zum letzten Thema und zwar Algorithmus-Momentum und da ist mir in letzter Zeit was aufgefallen, was ich in einer meiner ersten FIFA-School-Videos als Tipp raushauen werde, mal gucken, ob du das auch bestätigen wirst für diesen Tipp und zwar, es gibt Momente, wo FIFA oder EA oder was auch immer oder der Algorithmus, ich weiß nicht, wie du es nennen willst, dir richtig geile, kompatible, nette, sportliche Gegner geben, wo du sagst, wow, geiler Gegner, Spaß gemacht, 2-2 ist okay, 1-2 verloren, ist auch okay, 3-2 gewonnen, ist geil, also ein Gegner, der auf deinem Niveau spielt, wo das Bewertungssystem wirklich für dich den richtigen Gegner herausgesucht hat, wo Spannung ist, wo der Puls steigt, wo es Spaß macht, ja, richtig gut. In den meisten Fällen ist das bei mir, zumindest habe ich das beobachtet, so, dass wirklich ganz, ganz oft der Fall ist, wenn ich plötzlich so Gegner bekomme, wo ich sage, wow, geil, da, der spielt auf meinem Niveau, so macht das Spaß und da kann ich auch mit leben, dass ein Unentschieden wird, damit kann ich auch leben, dass ich verliere, das hatte ich jetzt vor kurzem in der dritten Liga. Ich war vorher in der dritten Liga immer grauenhaft schlecht, da komme ich jetzt nämlich noch drauf und urplötzlich habe ich einen Tag erwischt, eigentlich nach dieser Aufnahme war das gestern Abend, wo plötzlich ich Gegner bekommen habe, wo wir beide defensiv so geil gearbeitet haben, so geil, dass es 0-0 ausgegangen ist. Ein Spiel, das 0-0 in Foot ausgeht, das muss man auch erst mal erleben, oder ein Spiel 2-2 ausgeht, weil wir beide defensiv ein bisschen gewackelt haben und offensiv stark waren. Richtig geil, so bockt das und am Ende habe ich ein Spiel wirklich 3-1 noch gewonnen in der dritten Liga und da kommen wir noch gleich zu, warum ich mich da so darüber freue, 3-1 gewonnen habe und bin plötzlich in die zweite Liga aufgestiegen, mein neuster persönlicher Rekord. Und warum freut mich das so? Weil vorher war das so, dass wenn ich in die vierte Liga, in die dritte Liga mindestens drei, vier Mal aufgestiegen bin, hat mir EA mit ihrem Algorithmus, mit ihrem Bewertungssystem Gegner gegeben, wo ich immer, egal was ich gemacht habe, egal wie kompetent ich gespielt habe, gute Tagesform, schlechte Tagesform, spielt keine Rolle, immer 4-5-0 verloren habe, immer alle Spiele ab wieder in die vierte Liga. Das habe ich nicht verstanden und das ist mir ein Rätsel, wo ich einfach sage, Leute, wenn ihr einen Tag erwischt, wo der Algorithmus euch gute Gegner gibt, dann versucht Zeit zu finden und spielt weiter. Wenn ihr einen Tag erwischt, wo ihr merkt, meine Fresse, was sind das für OP-Gegner, ich verliere hier nur, brecht ab, lasst es und wartet 1-2 Tage und guckt dann, ob der Algorithmus euch wieder bessere Spieler gibt. Ganz ehrlich, das ist mir so heftig aufgefallen, dass ich persönlich das Bewertungssystem, der Algorithmus, das Bewertungssystem muss verbessert werden. Es kann nicht sein, dass ich links ein 86er Coutinho habe, rechts ein 85er William, vorne ein 87er Kane, was ja nicht so übel ist, aber dass dann ein Gegner kommt, der ein Team of the Season Ronaldo hat, ein Team of the Season Namer auf der linken Seite, auf der rechten Seite Team of the Season Messi hat, das ist für mich ein schlechter Bewertungsalgorithmus, wenn ich gegen einen so heftigen Spieler spielen muss, ganz ehrlich, das ist ja gefühlt Bayern, weiß ich nicht, Bayern gegen Rot-Weiß Erfurt, sorry liebe Erfurter Fans, aber vielleicht könnt ihr nachvollziehen, was ich da hinaus will. Ja, einfach vom sportlichen Eindruck her, ist das einfach ein Gradient zu hoch, das ist einfach richtig heftig, deswegen, Algorithmus im Bereich Bewertung und Gegnerauswahl, bitte verbessern, ganz ehrlich und dann muss man aufpassen, welchen Tag und welche Tagesform und so weiter man da erwischt. Ich habe auch das Gefühl, wenn man das Spiel runterfährt und nochmal hochfährt, dass dann der Algorithmus sich auch ein bisschen angepasst hat. Ich weiß nicht, ob das Aber-Glaube ist oder ob es dir auch schon mal aufgefallen ist. Zum letzten Punkt, zum Abschluss jetzt hier, Momentum, Leute, viele sagen, es gibt Momentum, EA streitet das ab. Ja, es gibt Momente, wo ich das auch glaube, aber ich glaube, es gibt kein Momentum, sondern nur eine andere Form davon, mit irgendwie, dass die Chemie sich verändert, die Tagesform oder im Laufe des Spiels die Form sich verändert. Taktik spielt eine große Rolle. Wenn du halt einen kompetenten Gegner hast, der halt einfach weiß, wie die Taktik funktioniert, dann ist das halt einfach so. Da kann man dann auch dagegen nichts mehr machen. Momentum, da wären wir mal gespannt, ob dieses Gefühl weggeht. Ich glaube, Momentum ist einfach von vielen Spielern eine Ausrede des schlechten Verlierers. Also ist mal ganz dreist gesagt, aber auch ich habe Momente, wo ich überlege, meine Fresse, warum hat in der vierten Liga alle meine Spielzüge funktioniert und in der dritten Liga hat ja lange nichts funktioniert, wo ich gesagt habe, okay, ich glaube auch langsam Skippen-Momentum. Ich bin aufgestiegen, zähle als Aufsteiger in der dritten Liga. Anscheinend hat sich IL gedacht, der ist aufgestiegen. Dem schrauben jetzt mal die Spieler ein bisschen die Attributen runter. Als hätte man irgendwie 20 bis 30 Attributenstärke von meinen Spielern runter gemacht, weil sie haben urplötzlich ohne Erklärung in der dritten Liga viel mehr Fehlpässe gemacht, viel mehr Schusskomisch. Torwart hat plötzlich nicht mehr alles gehalten, die Innenverteidiger haben ein schlechtes Stellungsspiel gehabt. All das ur-ur-plötzlich, was gerade eben in den letzten Spielen in der vierten Liga noch super funktioniert hat, funktioniert ur-plötzlich in der dritten Liga nicht mehr. Ja, und da muss ich sagen, da stimme ich den Leuten, die glauben, das gibt das Momentum zu, muss ich sagen, ja, da ist irgendwas dran, lass uns mal auf FIFA 18 abwarten und mal schauen, was das ist. Für alle, die den ersten Teil nicht gesehen haben, schaut ihn euch nochmal an, da habe ich auch Punkte angesprochen, wie Ecken, Elfmeter, Flanken und so weiter. Das hier war jetzt nur das Hörspiel mit der Vorlage, dass wir jetzt in dem nächsten Kapitel mal ein bisschen über die ersten Eindrücke des FIFA 18 Gameplays reden und da werden wir viele von diesen Kritikpunkten, die ich heute hier angesprochen habe, wieder erkennen. So traurig, wie das nun mal ist. Aber erstmal nur vom bildlichen Eindruck zocken konnten wir es fast alle noch nicht oder so gut wie nicht, deswegen müssen wir da nochmal abwarten. Ja, das dazu, ich lasse mal einen Daumen da und sage, wie du dieses Hörspiel, dieses Radio, FIFA Radio Talk fandest und schreib unter die Kommentare doch mal, was wir noch so für Themen ansprechen können, was würde dich interessieren, würde dich ein Bundesliga Radio Talk immer montags interessieren, dass ich immer 30 bis 40 Minuten, naja, 40 Minuten ist schon heftig, maximal 30 Minuten, immer über den letzten Bundesliga ein bisschen rede. Kannst du mal sagen, ob dich das sowas interessiert oder sagst, nee, Ligo, das wird nichts, da nimmst du dir unglaublich unnötig Arbeit vor und schreibt das mal in die Kommentare, das würde mich freuen, dann sehen wir uns beim nächsten Kapitel, bis dahin, Tschüss!